Moin ihr Lauser und herzlich willkommen bei KrachmuckerTV. Ich bin Ernie, mein Gast stelle ich sofort vor. Wir reden heute über Pagan Metal. Es ist soweit, Pagan Metal bei KrachmuckerTV. An alle meine Stammzuschauer, kurz die Info, das ist nicht die groß angekündigte Pagan Show, die irgendwann so ein bisschen als Running Gag sich von Folge zu Folge zog. Und an alle, die jetzt zum ersten Mal hier einschalten, kleine Erklärung, als ich mit Krachmucker angefangen habe, habe ich immer so ein bisschen so, zählt so, hier Ernie, ich finde Pagan Metal halt scheiße. Aber irgendwie bin ich dann immer mal wieder ins Gespräch mit dem einen oder anderen gekommen und habe einfach festgestellt, dass Pagan Metal einfach ein sehr vielfältiges Genre ist. Und wo ich jetzt schon so mittendrin bin, ist es mal langsam Zeit, hier meinen Gast vorzustellen. Das ist der Stefan von Jörmungand. Moin. Und den habe ich nämlich auf dem diesjährigen Wacken mal wieder getroffen. Wir haben uns schon relativ häufig getroffen und es hat sich irgendwie einfach rauskristallisiert. Wir können uns gut unterhalten. So ein bisschen. Ja. Was ihr nämlich gar nicht wisst, der ist heute schon ein bisschen früher hergekommen. Wir sind mit den Hunden spazieren gegangen. Baloo geht es übrigens besser. Also, wie gesagt, operiert worden. Aber alles wunderbar. Und vielen, vielen Dank für die ganzen Genesungswünsche. Ganz toll. Hat er sich sehr darüber gefreut. Und danach haben wir ein bisschen was gegessen. Sind am schnacken gewesen. Und eigentlich hätten wir das auch schon als separate Show aufnehmen können. Aber wie das denn immer so ist. Pagan. Woher kommt es, dass ein Genre, was sich ja grundsätzlich aus dem Black Metal heraus entwickelt hat, so kann man das ja sagen, heutzutage, obwohl es so unglaublich vielfältig ist, unglaublich viele auch sehr ernsthafte Künstler hat, so, ja, ich sag mal, verlacht ist. Oder wenn ich auf ein beliebiges Festival meiner Wahl gehe und das Stichwort Pagan Metal raushaue, dass die Leute mir das Stirn runzeln. Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass vor ungefähr zehn Jahren, war das glaube ich, dass das so eine starke Pagan Folk Welle regelrecht stattgefunden hat, der sehr viele, sehr viele Bands entsprungen sind, die es heute auch gar nicht mehr gibt. Die meisten klangen sehr gleich. Viele haben irgendwie nur die Klischee-Themen bedient und deswegen ist das Ganze, glaube ich, mittlerweile sehr, ja, negativ konnotiert, würde ich fast schon sagen. Ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt so weit zurückgehen müssen, aber einfach nur mal für den einen oder anderen, der so ganz unbedarft einschaltet. Also Black Metal jetzt zu erklären, das führt zu weit. Pagan Metal, daraus ist eine Beschäftigung mit den Stilmitteln des Black Metals, aber thematisch mit, ja, mit was? Wie kann, wie würde ich so, mit, mit Wikingern, das sage ich jetzt mal so. Das ist natürlich viel mehr. Und mit Germanentum, mit Sagen, mit, ja, im Grunde genommen ein sehr historisch veranlagtes Genre, mit dem sich ja auch viele dann auch sehr ernsthaft auseinandergesetzt haben. Was wir heute machen wollen, ist, wir haben uns separat, das habe ich ihm vorher als kleine Aufgabe gestellt, dass er mir so seine Top Ten seiner Pagan Alben mal auflistet und ich habe das für mich auch gemacht. Wir haben uns dabei nicht abgesprochen, sondern wirklich mal geguckt, so was kommt da aber raus. Mussten dann schon lachen, als wir verglichen haben. Wir haben hier ein, zwei, drei, vier, fünf, fünf Überschneidungen bei zehn Alben. Die blende ich jetzt hier mal alle ein über die Alben, über die wir heute sprechen. Habt ihr schon mal einen kleinen Teaser? Ja, so und anhalt dieser Alben und noch so ein bisschen was darüber hinaus versuchen wir so ein bisschen mal diesem Thema näher zu kommen. Es steht keine Frage im Raum, würde ich jetzt sagen. Wir reden einfach mal drüber und gucken, wohin das Ganze führt. Denn ich denke mal, und als ich angefangen habe, mich mit dem Thema noch mal so ein bisschen mehr zu beschäftigen im Rahmen so meines, im Rahmen von Krachmucker, habe ich erst mal festgestellt, dass ich viele dieser Ursprungsbands alle im Plattenschrank stehen habe. Das sind Bands wie, und wir fangen jetzt einfach mal an, wir machen das mal so ein bisschen im Wechsel. Ich werfe jetzt mal Bathory mit dem Album Hammerheart in den Raum. Das ist 1990 rausgekommen. Ist, ja, bei Bathory kannst du so die ersten drei Alben als Trilogie nehmen, dann die nächsten mit Blood, Fire, Death, mit Hammerheart und mit Twilight of the Gods. So die Viking-Phase, die sich nachher natürlich auch noch über grandiose Alben wie Blood on Ice weitergezogen hat und die Nordland ist ein Doppelalbum oder zwei Alben. Genau. Aber das war im Grunde genommen, sag ich mal so, der Startschuss, was Quarton gemacht hat. So würde ich das auch bezeichnen, auf jeden Fall. Gibt es da auch andere Meinungen aus der Szene? Das ist ja auch der Grund, warum ich mir Stefan eingeladen habe. Also ich kann ja reden, wie ich will, aber er ist ja zumindest, ja doch, du bist hautnah her dabei als ich. Das würde ich schon mal sagen. Was sind denn dort so die Einflüsse von auch Bands? Ist das dann auch so, dass man Bathory dort als Grundpfeiler nennt? Ja, also die Hammerheart, die steht natürlich ganz oben mit dabei, das ist ganz klar. Weil vorher hat es sowas in der Form eigentlich noch gar nicht gegeben. Dass sich extremerer Metal oder grundsätzlich Metal mit den nordischen Sagen befasst hat, mit der Mythologie des Ganzen und so. Ich muss ja einmal kurz daneben. Der gute Neil aus Luxemburg hat mir wieder ein Paket gescheckt. Oh, Moment. So, hol mir das einmal hier raus. Oh, ist das ein schwerer Brocken. Das ist der Hammer, oder? Mit Bier. Und ich würde mal sagen, ich mache das jetzt hier direkt vor der Kamera auf. Das ist das erste Mal, dass ich das mache. Wahrscheinlich ist da jetzt irgendwie irgendwas Totes drin. Und 100 Jahre später. So. Hier ein Simonpilz. Hast du das Gleiche? Ja. Das habe ich auch. Ja. So, dann machen wir das doch hier mal auf. Ich gebe dir das hier. Oh ja. Schön. Ja. Na, das ist das Gleiche. Wunderbar. So. Das packe ich auch weg. Ich sage Prost. Prost. Prost an Neil auch und an euch. Ja. Ja, ja. Ist trinkbar. Ist sehr mild. Schön aus Pilz, würde ich sagen. Ja. Das geht auf jeden Fall gut hier. Wir würden darüber sprechen. Wir hatten noch überlegt, uns den einen oder anderen Miet zu Gemüte zu führen. Aber da kam dann das gute Paket an und dachte ich mir, das ist doch eine wunderbare Gelegenheit dafür. Bethery als Grundfeiler. Aber Bethery ist nun alles andere als eine Band, über die man so seine Witze macht. Und ich denke mal, das worauf du hinaus wolltest, ist, dass irgendwann die Leute festgestellt haben, dass gewisse Elemente dessen, was Pagin ausmacht, dazu führen, dass es so ein Hype ist. Dass das eine breitere Masse anspricht. Genau. Und sagen wir es, wie es ist. Es ist, ich sage mal, die, ja, wie ich schon sagte, die Medsauferei, die Trinkhörner-Geschichte. Und das ist auch genau der Punkt, der mich dann auch immer so ein bisschen müde machen lässt, wenn ich dann über diese Pagin-Geschichten oder von diesen Pagin-Geschichten höre. So diese etwas verquere Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Die anscheinend für einige Festivalbesucher größtenteils so aussieht, dass die Germanen früher, also dass das Leben der Germanen früher größtenteils daraus bestanden hat, zwar in Rüstung, aber immer mit dem gefüllten Methorn durch die Gegend zu laufen und Odin zu schreien. Dass das Leben für die Herrschaft damals außerordentlich beschwerlich gewesen ist und mit Sicherheit für einen großen Teil derer, die die Musik auf diese Art und Weise abfeuern, nicht so angenehm gewesen wäre. Darüber, ja, darüber haben wir jetzt gesprochen. Und von daher würde ich sagen, das Battery-Album, es ist tatsächlich so. Es ist für mich auch das Beste aus dieser Trilogie, würde ich sagen, wenn man das so nennen kann. Die Blood on Ice finde ich auch unfassbar gut. Die ist dann Jahre später gekommen, mit angeblich Aufnahmen aus der Zeit. Die sollte ja wesentlich früher auch erscheinen. Was hast du denn als Album auf deinem Zettel jetzt? Ich habe dann tatsächlich die Hymns and Dirtes von Tumulus noch. Wir haben das nämlich extra nicht sortiert. Und die Tumulus habe ich nämlich auch auf der Liste. Jetzt hast du einige sehr interessante Sachen zu der Band zu sagen. Auch was zum Beispiel eine Band wie Menhir betrifft, die wir nachher noch nennen. Genau. Im Endeffekt ist es wohl so, dass das Album bzw. die Demo Hymns and Dirtes von Tumulus maßgeblich dafür verantwortlich war, dass Menhir überhaupt diese Musik machen, die sie dann gemacht haben. Dass Alben wie Die Ewigen Steine, wie Turingia etc. überhaupt rausgekommen sind. Und aus der Band Tumulus hat sich ja auch Sotus Lohr gebildet. Da habe ich mit einem von denen, also der Gitarrist von Sotus Lohr, ein bisschen Kontakt gehabt. Schöne Grüße übrigens. Das ist auch eine Band, die mir sehr früh so ins Auge gestochen ist. Also das erste Album von denen hatte durchaus so sein. Wie war denn das, als die ersten Pagin-Sachen damals rausgekommen sind? Was die Rezensionen, ich sag mal, im Metal-Fachblatt betrifft. Ja, die Rezensionen sahen eigentlich eher außerordentlich negativ aus. Die erste Menhir war, was stand da drin? Kirmesmelodien zum Mitpfeifen, das Ganze dann auch noch auf Deutsch. Das ist wohl sehr, sehr peinlich gewesen. Ja, ich habe die Turingia für mich rausgegriffen von 1999. Und ich muss schon sagen, also Menhir, wenn man es mal so betrachtet und ich überlege, was mir an Pelge nicht gefällt, dann ist Menhir irgendwie sehr, es ist ein ganz schmaler Grat, sehr nah dran in diesen Bereich, in diesen kitschigen Melodiebereich zu rutschen. Ich fand sie aber immer authentisch. Woran liegt das? Das liegt, denke ich, zum Großteil daran, dass die Jungs das historisch gesehen sehr, sehr ernst nehmen. Und auch zum Großteil Reenactment machen. Genau, darauf wollte ich eben hinaus. Also die beschäftigen sich sehr viel mit dem, worüber sie singen. Es ist auch nach wie vor so, dass ich das immer etwas merkwürdig finde, gewandete Gestalten mit E-Gitarren auf der Bühne zu sehen. Aber in dem Fall ist es schon so, das macht schon Sinn, wie es ist. Und was man natürlich nicht macht, ist kleine Bands mit wenig Reichweite jetzt hier in einer Pagin-Show irgendwie doof dastehen zu lassen. Deshalb nenne ich natürlich keine Namen. Aber was so an gewissen Pagin-Bands für mich halt manchmal so ein bisschen, das ist einfach lächerlich, wenn so ein Gitarrist, also ich sage mal so ein Durchsichtiger wie Markus Rühl das sagen würde, weil da so dünne Arme, aber Kettenhemd und irgendwelche Lederschulterplatten da auf der Bühne trägt und dann da irgendwas von, was auch immer man dann so singt, wenn man von irgendwelchen epischen Schlachten singt. Da gibt es im Postilon einen schönen Bericht darüber, was mit Rollenspielern im tatsächlichen Mittelalter passiert wäre. Sollte ich, glaube ich, da unten mal verlinken. Ich sehe zu, dass ich das finde. Also das ist so dieser, ja, das, was diese Szenerie natürlich irgendwann auch hat ins Lächerliche abdriften lassen. Also letzten Endes ist es dann so, ja, auch wenn ich mit Leuten aus der Szene rede, die im ernsthaften Bereich aktiv sind, das hat zum Beispiel das Genre zerstört, zumindest vom Image. Ja, das auf jeden Fall. Ich denke, vor allem waren das eben solche Vertreter, die dann, ich sage jetzt mal ganz böse, mit H&M Killed und Hörnchen an der Seite über einen Festivalplatz gelaufen sind und Olin gebrüllt haben. Ja. Und mit dem Ganzen eigentlich an sich nichts zu tun haben. So, jetzt spielst du ja aber selber in einer Pagan-Metal-Band. Ja, ja. Wie stelle ich die Frage, wie ist denn deine, also ihr habt dann ja auch die ein oder anderen Konzerte gespielt und höchstwahrscheinlich auch mit anderen Pagan-Bands. Wie ist denn da so deine Erfahrung gewesen? Und sowohl von Band-Seite, du musst ja keine Namen nennen, wenn da mal etwas eher nicht so dolles war, aber auch so von Besucherseite. Hast du dich da auf der Bühne manchmal dann auch merkwürdig gefühlt? Hm, schwierig. Oder kommst du damit klar, wenn einfach Party-Stimmung ist? Es ist ja nichts einzuwenden gegen Party-Stimmung, damit das jetzt nicht missverständlich ist. Natürlich aus der Perspektive, was ich gerne an Musik mag und ich habe eben auch schon öfters durchklingen lassen, dass ich, so Humor in Musik ist für mich immer schwierig. Selbst-Ironie ist ein bisschen was anderes, aber auch so Party in Verbindung, das ist nicht so ganz meins. Es ist vollkommen legitim und auch wenn wir jetzt über Bands schlecht reden, dann reden wir ja über die Bands schlecht, das ist immer ganz wichtig zu sagen, und nicht über die, die es hören, weil ich finde, dass man zwar alles sagen soll, man soll alles sagen dürfen, aber es ist auch ganz wichtig, dass man das hören kann, was man hören möchte. Und nur, dass ihr das im Hinterkopf behaltet. Deshalb auch jetzt so, was jetzt die Zuschauer betrifft, weil ich vermute jetzt einfach mal, du siehst dich so ein bisschen mehr auf der Seite von den Leuten, die die Thematik etwas ernster nehmen. Ja, das tue ich mittlerweile, sagen wir mal so. Ich würde das Ganze jetzt in zwei Teile unterteilen bei meiner Band. Früher haben wir schon eher die Schiene bedient, die auch auf Party geht und saufen und alles. Da fand ich es sehr, sehr schön, wenn dann auch im Publikum die Leute völlig ausgerastet sind und sich ein Bier nach dem anderen hinter die Binde gekippt haben. Ja. Mittlerweile bin ich bei meiner eigenen Musik eher so drauf, dass ich auf Atmosphäre gehe. Darauf, dass die Leute auch was vielleicht in sich gehen, sagen wir mal so. Und dann finde ich ein Pogo-Circle oder sowas bei meinen Konzerten nicht sonderlich passend. Ja. Ich habe auch nichts dagegen, wenn einer jetzt meine Sachen feiert. Das ist jetzt auch nicht schlimm. Ja. Es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf den Respekt drauf an. Es gibt ja auch einfach Leute, mit denen verbringt man dann vielleicht auch nicht unbedingt seine Freizeit. Aber in dem Moment und auch gerade als Fan, denke ich, wenn einem das sehr gut gefällt, da bricht man sich als Musiker übrigens auch kein Zacken aus der Krone. Und dann auch einfach mal nett zu jemandem zu sein, der auch durchaus die Alben von einem kauft, nicht? Muss man leider auch sein. Muss man ja manchmal. Das ist dann so. Bin ich dran oder bist du dran? Du hattest gerade die Men hier gesagt. Um nochmal, die Turingia. Ich finde dieses Album wirklich klasse. Es ist, ich weiß jetzt nicht, ob die Band da jetzt auf die Barrikaden gehen würde, wenn ich sage kitschig so. Aber für mich ist es so, es hat so eine Epik und es ist so dieser Chorgesang und dieses ganze Ding so. Das ist, wie ich sagte, es ist immer so ein schmaler Grat, funktioniert bei diesem Album aber grandios. Und es gibt einfach genug Stimmung, wo ich es gerne auflege. Da würde ich tatsächlich dann nochmal einhaken und mein Album von Men hier vorstellen. Und zwar das wäre Die ewigen Steine. Die kam, glaube ich, noch einen Ticken früher raus. Ja. Und zwar 97. Die ist von den Melodien und vor allem vom Synthi-Sound sehr kitschig, um das mal so zu sagen. Ja, ja, doch, ich habe das auch in Erinnerung. Aber es war die erste Men hier Platte, die ich selber gehört habe. Ich fand sie großartig. Ja. Es hat irgendwie auch eben diese Epik gehabt. Und ja, vielleicht eine starke Romantisierung des Ganzen auch. Irgendwie hat es mich damals gepackt und ich fand es großartig. Ja, ich meine, so eine gewisse Romantisierung ist ja auch, denke ich, legitim irgendwo. Also jetzt, es gibt doch den einen oder anderen Künstler und da kommen wir dann noch zu, der sicherlich fast schon seine eigenen Magisterarbeiten vertont. Aber natürlich künstlerisch, kommen wir später zu, ist ein kleiner, aber wirklich augenzwinkernder Seitenhieb für einen großartigen Künstler. Nein, es ist natürlich vollkommen in Ordnung und auch ganz notwendig, dass du nicht einfach nur Historie wiedergibst, sondern natürlich in einem künstlerischen Kontext. Wir sind übrigens nicht das literarische Duo und auch sonst ist der intellektuelle Anspruch, ihr merkt das schon, jetzt nicht so hoch, wie das jetzt vielleicht wirken mag, weil wir hier so muggelig sitzen. Welches hattest du, du wolltest? Ich habe jetzt die, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Magni Blandin Ocme Gintiri von Falkenbach. Ja, und Falkenbach ist doch praktisch. Haben die so das in Deutschland losgetreten? War das so? Ich würde sagen, die haben dem Ganzen eine Note hinzugefügt, die das wirklich sehr, ja noch epischer gemacht hat, finde ich. Also, ich weiß nicht, als ich das Album damals zum ersten Mal gehört habe, habe ich mir die Drachenboote vorgestellt, wie sie auch auf dem Cover drauf sind, wie sie durch die Flörde schippern und das war für mich Gänsehaut pur. Ich habe in dem Fall Endermed, Redige Farah, also das erste von 96, sehe gerade hier auf meiner Liste, die Tumulus ist ein bisschen früher rausgekommen. Ich habe das, es gibt es einmal als Demo und ich habe die Split mit Mock, daher kenne ich die Tumulus. Danach kam noch die Vodoreite, da war, glaube ich, nur ein Metal-Song und das andere waren Akustikgeschichten. Schöne Sache. Ja, also Falkenbach, das war damals, glaube ich, auch zumindest auf Deutschland bezogen, wenn nicht so weiter, eines der besten Klagesänge in Deutschland. Auf jeden Fall, das definitiv. Also, oder wenn nicht, auch weltweit, weil das hatte sowas, also das ist Gänsehaut und ich habe das noch, ich habe den ersten Song, den ich von der Band gehört habe oder von dem Solo-Projekt, wie auch immer mit Gastmusikern, auf einem Sampler gehört und dieser eine Song, der geistert mir bis heute. Also, das ist so großartig und auch das Album, was du jetzt genannt hast, das ist es wirklich. Ich finde, diese Band kann man gut mit Summoning vergleichen. Ja. Es ist immer auch ein durchaus recht überbordendes Keyboard später, aber, ja, also natürlich mit dem Hang zur Dramatik und zur Epik so, aber gut, wirklich gut, guter Kitsch. Bei dir nicht guter Kitsch, das ist falsch. Ich habe gerade Lacrimosa im Kopf gehabt, wollte den Breitengrad, den ist für mich, ich finde das. Es gibt Bands, die können Kitsch und manche ist das dann halt so albern. Also, das ist immer so der Breitengrad zwischen lächerlich. Balou muss immer noch einen Kragen tragen und der rennt jetzt hier gerade ein bisschen rum. Nee, nee, Falkenbach, also ganz, ganz wichtige Bände. Und um jetzt hier nochmal so ein bisschen neben unseren Alben, die wir jetzt hier immer nennen werden, Bands, die im Geschäft, ich denke, sag ich mal, also, da kann man dann vom Geschäft sprechen, wenn irgendwas einen Hype hat und, no, Balou wird ich los. Und einfach groß wird und auch einfach ein Mainstream-Publikum anzieht. Was sind denn da so die großen Bands, was wir uns aufgeschrieben hatten, war jetzt also Fintroll, hattest du so ein bisschen? Ja, Fintroll würde ich tatsächlich eher in der Vogue-Richtung sehen, definitiv, einfach auch, was die Texte anbelangt und die Melodieführung etc. Ich sehe da wenig Pagan drin. Also, wir haben jetzt auch hier nicht ganz arg zwischen Viking-Metal, Pagan-Metal und ähnlichen Geschichten unterschieden. Das soll ein bisschen lockerer Schnack über verschiedene Alben sein. Eloweti zum Beispiel habe ich jetzt hier. Die sind ja auch sehr bekannt. Das ist meiner Ansicht nach aber auch eindeutig Folk. Ja, Akona. Wobei, bei Eloweti ist das das Interessante, die behandeln ja textlich komplett wirklich die keltische Geschichte. Ja. Und die Lebensweise etc. Also, die geschichtliche Aufarbeitung bei Eloweti ist wirklich großartig und könnte man eigentlich tatsächlich auch so im Pagan sehen. Ja. Oder wie man das gerne im Pagan hätte. Ja. Akona habe ich dieses Jahr auf dem Partysang gesehen. Ich fand das furchtbar. Ja? Ja. Überhaupt nicht mein Ding. So, also das war auch, also auch, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwo, vielleicht war das dann auch der Sound und auf dem Open Air und die Atmosphäre so. Wir hatten auf dem Ragnarök mal zusammengespielt. Und die hatten, glaube ich, ein, zwei nach uns oder so. Auf jeden Fall hatte ich das ziemlich später nach uns in Erinnerung. Und natürlich, weil es war massiv mehr los dort so. Und man hat schon gesehen, dass das eine Band ist, die viele interessiert so. Aber irgendwie kam ich, das ist zum Beispiel sowas, ja, da kann ich nichts mehr anfangen. Ich tatsächlich schon. Also Akona finde ich persönlich super. Ich mochte das letzte Album auch sehr gerne, vor allem, weil es nochmal deutlich düsterer wurde und wieder, ja, ritueller wurde schon fast. Ich habe jetzt auf der Liste Hellruner und zwar die Frostnacht. Kennst du? Ja, natürlich. Und ich finde das, wo ich vorhin drauf eingegangen bin, so ein bisschen, Hellruner ist auch was Besonderes. Also erstmal großen Respekt eben vor, jetzt muss ich aber, aber der ist jetzt auch nicht so geheim, Marcel Dreckmann, der ja auch in Achtfüssen liest. Wunderbar, klingt wesentlich besser, als wenn ich das sagen würde. War aber auch falsch. Und seinem schönen Wöljager-Projekt. Großartig. Also erstmal, den würde ich mieten, dass er abends bei uns am Bett sitzt und Geschichten vorliest. Weil der hat eine Sprechstimme und vor allen Dingen auch, und deshalb habe ich dieses Album rausgegriffen, Frostnacht. Da werden viele wahrscheinlich das Album davor nennen, aber ein Album, was ich jahrelang verschmäht habe, letztens mal wieder im Auto gehört habe und festgestellt habe, was dieses Album ausmacht. Nämlich, dass er es selbst in einem Krechtsgesang schafft, so unglaublich explizit, also du verstehst alles. Und nicht nur, dass du alles verstehst, es ist, ja, es hat eine ganz eigene Atmosphäre, dieses Album. Und Hellrunner ist eben ein Event, wie ich das vorhin schon ein bisschen angedeutet habe. Klar, da kann man so ein bisschen mit einem zwinkernden Auge, und ich denke nicht, dass das auf eine Ansatzweise lästerlich klingt, aber da könnte seine Doktorarbeiten mehr oder weniger als Album veröffentlichen. Und man hat manchmal so ein bisschen den Eindruck. Natürlich auch ein ganz toller Lyriker. Aber die Sohl-Alben zumindest auch, ne? Wundervoll. Jetzt mittlerweile geht er ja sowieso in viele andere Bereiche noch. Aber das ist nochmal so eine Sache, und da muss man natürlich auch in diesem Atemzug Drautran nennen. Das sind zwei deutsche Bands, die ich, würde ich sagen, sehr gut miteinander in einem Atemzug nennen kann, Drautran und Hellrunner, die beide sehr vom Fach sind, sich sehr mit dem auseinandersetzen, worüber sie singen, und, ja, so ein bisschen außerhalb des Ganzen stehen. Ich weiß das jetzt gar nicht, außer Hellrunner treten ja auch auf, also Drautran ganz wenig, mittlerweile ja gar nicht mehr. Findet Hellrunner dann viel so auf Pagan-Konzerten statt, oder sagt er dann auch einfach, macht er gar nicht? Also, eher weniger. Also, ich verorte die auch eher bei, ja, wie soll ich sagen, in der Riege Empyrium, Some of the Sleepless, mit denen waren sie auch auf Tour. Das ist natürlich dann auch die Labelsache. Also, eben in diesem, ich nenne es jetzt mal avantgardistischen Black Metal. Ja. In der Schiene passieren die mehr, würde ich sagen. Ja, das, wo wir jetzt eben einmal von den größeren Namen, wie, ja, Eloweti mit Sicherheit, Fientroll, Equilibrium zum Beispiel, wo du aber auch sagst, dass du die da gar nicht so richtig in dem, aber die finden doch wirklich, die finden doch prädestiniert genau da statt. Die finden da statt, ja. Ja, was auch daran liegen mag, dass die mit den ersten Scheiben auch gerne mal Sagen und Mythologien vertont haben. Ja. Aber die selber sehen sich, soweit ich das weiß, eher im Epic-Metal. So bezeichnen sie das Ganze. Ja. Die Musik funktioniert natürlich wunderbar in diesem klischeebehafteten Pagan-Bereich. Also, ich kann zwei Sachen, einmal hast du natürlich diesen Wirtshaut-Song, also die Videos von denen sind einfach durch die Reihe ganz furchtbar. Und das Ding ist aber, ich habe das eben, ich habe Robse auf dem Ragnarökma getroffen und da stand da halt und ich hatte gut einen im Tee und war irgendwie, was eigentlich gar nicht so meine Art ist, aber so ein bisschen in Pöbellaune, bin zu ihm hin und irgendwas Dummes gesagt. Also irgendwas so, ist einem das nicht peinlich, sowas zu machen oder irgendwas, keine Ahnung. Und der hat so entwaffnend cool geantwortet, also ohne beleidigt zu sein oder ohne irgendwie belehrend oder sonst was. Einfach nur rausgegangen, nö, ist genau mein Ding, so, das ist mein, ja, ist halt einfach so. Und da hat er mir einfach sämtlichen Wind aus den Segeln genommen. Einfach, ja, scheinbar ganz cooler Typ, ne? Ich mag ihn auch sehr, sehr gerne. Ja, und jetzt habe ich so positiv geredet, jetzt habe ich auch kein schlechtes Gewissen und kann gut schlafen, weil ich einfach sage, das ist ein Gedudel, das geht bei mir gar nicht rein. Das ist überhaupt nicht so. Aber das ist ja auch das Wichtigste, dass man eben auch dahinter steht, was man macht. Und wenn du das nicht tust, dann ist sowieso eigentlich auch alles verloren. Das stimmt, definitiv. Ja, und da ist es doch schön Zeit, nenn du ein neues Album. Also, weißt du, dann würde ich einfach mal, wo wir schon Richtung Equilibrium gegangen sind, weitermachen mit dem ersten Album von Insiferum. Super Sache, habe ich nämlich auch. Da habe ich zehn Bands zusammengestellt, so, und mir fehlte auch wirklich noch eine zehnte. So, die ersten neun sind mir gut weggegangen. Erzähl du erst mal. Ja, wie soll ich sagen, Insiferum sind bekannt. Das muss man einfach so sagen, die sind mit die Größten in dem Genre mittlerweile. Ich kann sie mir nicht mehr antun, muss ich so sagen. Das ist dasselbe wie bei dir mit Equilibrium. Ich kann dieses Gedudeln nicht mehr hören. Das ist mir zu generisch, zu einheitlich. Die ersten beiden Alben finde ich aber großartig, weil die eben auch dieses sehr Heroische wirklich rausgebracht haben. Aber auch alles auf eine sehr positive Art und Weise und natürlich romantisiert ohne Ende. Das ist einfach mal klasse Melodien, das erste. Also das lief auch wirklich von 2001, muss ich auch mal sagen, das lief rauf und runter. Und warum dann das jetzt verheimlichen? Also das ist so einige, sag ich mal, von den Bands aus dem Pagan, die wahrscheinlich so klassisch sind. Ich weiß gar nicht, ob die Bands, die wir natürlich, haben wir eine wilde Mischung, aber die Bands, die wir jetzt hier unter unseren Top Ten haben, ob das so, ist das der Pagan, wo du jetzt auf, ich sag mal, sogar auf ein kitschiges Pagan-Festival gehst und dann haust du irgendjemanden mit einem Trinkhorn drauf an, dem präsentierst du deine Zehnerliste. Kennt der das dann so oder ist das... In Siferum definitiv. In Siferum mit Sicherheit. Ich denke auch eigentlich, also gut, Falkenbach sollte man eigentlich auch und Mähn hier ja auch. Ich glaube, da hört es aber langsam schon auf. Ja. Ich erinnere mich gerade an die Pagan-Fest- und Heiden-Fest-Touren. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja, das war ja eigentlich immer derselbe Katalog an Bands, die jedes Jahr aufs Neue getourt sind und das waren dann Korpi Klani, Illo Veti, In Siferum, waren immer wieder dabei und für viele war es das dann aber auch. Ja. Ich mache hier mal jetzt ein, damit wir das jetzt nicht zu ausatmend machen, weil wir haben so viele Bands und das ist auch vollkommen müde. Wir haben zum Beispiel Windier überhaupt nicht genannt. Die sind nicht in meiner Zehnerliste drin. Großartige Band auf jeden Fall. Mit Wallfahrt, der viel truer, kann man auch irgendwie nicht ableben, wenn man in seinem Auto einfach erfriert. War doch so, ne? Ich hatte eine andere Geschichte gehört, aber er ist erfroren. Auf jeden Fall ist er das. Das ist einfach, ich habe hier drei Bands, die auch einfach aus meiner Vergangenheit sehr wichtig sind. Die eine, das denke ich, werdet ihr wissen, meine drei wichtigen, großen ersten CDs, da war dabei Enslaved mit der Frost. Und ich denke, dass man die wirklich gut nehmen kann. Die ist vom Sound und von der Mucke vielleicht nicht so richtig das. Es ist dann dieses Viking-Ding, aber es ist, guckt euch die Bilder, auch wenn sie natürlich ein bisschen Panne heutzutage 2019 aussehen, da auf der Rückseite. Aber es ist ein grandioses Black-Metal-Album. Es atmet komplett, diese Verehrung von der skandinavischen oder der norwegischen Vergangenheit, sage ich mal. Des Weiteren, da kann man dann auch Helheim, die Jormungand nennen von 1995, mit diesem abartigen Schreigesang, was wenn du die Maultrommeln dann weglässt, wahrscheinlich auch einfach klassischer Black-Metal ist. Und als drittes habe ich die Storm, die Norderwind. Das ist ein Projekt gewesen, was Fenris zusammen mit Satir und mit Kari von Third and the Mortal gemacht hat. Und das ist was ganz anderes wieder. Ja, das auf jeden Fall. Das war meiner Ansicht nach deutlich düsterer und ehrlicher. Ja, es waren auch vertonte Volkslieder. Sehr, sehr norwegisch-fokig auf jeden Fall. Und natürlich auch, jetzt muss ich mal überlegen, es ist eigentlich nur Klagesang. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwann auch drauf... Mich jetzt verwechseln mit Fenris' anderem Nebenprojekt, was auch gelegentlich in diese Richtung verortet wird. Isengard, das ist natürlich auch, das sind auch zwei tolle Alben. Und dazu jetzt auch, Mensch, das Primordial. In the Woods werden auch als Pagan-Ursprünge genannt. Sehe ich persönlich jetzt irgendwie ein bisschen anders für mich, hat das nicht so diese Verbindung damit. Aber da kann man natürlich auch lange drüber diskutieren, was denn jetzt ein Pagan-Metal-Ibum dann ausmacht. So, da scheiden sich definitiv die Geistern ab, was jetzt wirklich Pagan ist und was nicht und woran sich das orientiert. Was ich tatsächlich als absolut Pagan ansehe, auch wieder eine deutsche Band tatsächlich, das sind Odro Ria. Die kenne ich zum Beispiel einfach mal nicht. Die kennst du nicht. Also der Name sagt mir was, sind wir mit Sicherheit schon logotechnisch und irgendwo mal untergekommen. Nie reingehört. Ist im Endeffekt auch eine der Thüringer Pagan-Metal-Bands, wie eben, wenn hier Gernoshagen, 14th century's, aus der ganzen Riege kommen die auch. Die machen auch den typischen deutschen Pagan-Metal, wenn man das immer so nennen möchte. Aber eben, ja, weniger metallisch als zum Beispiel Manny hier. Das Ganze dann wirklich eher auf die Folklore der Germanen bezogen und die haben auch zwei Alben rausgebracht, indem sie die Äther komplett vertonen. Ja. Das waren die Götterlieder 1 und 2. Ja, die, also Manny hier haben ja zum Beispiel das Hildebrands Lied. Das müsst ihr euch auf YouTube malen. Also das ist überhaupt eine Band, ich sag mal, von der Kursen, das hat im Millionenbereich, ist das ja geklickt. Das ist auch ein toller Song. Ein großartiger Song. Das ist wirklich, wirklich gut gemacht so. Und dann, wenn du weitergehst, wie gesagt, ich bin da einfach nicht drin. Ich bin auf diesen Festivals nicht und kann da deshalb gar nichts zu sagen. Hat man irgendwann so einen klaren Schnitt gespürt? Jetzt ist da was vorbei oder geht das immer noch so? Weil zumindest heute habe ich den Eindruck, zwar geht kein größeres Festival nicht, ohne dass du jetzt irgendwie eine Pagan-Band mit dabei hast. Sagen wir, du machst ein Black-Metal-Festival, dann ist immer irgendwas Pagan-lastiges mit dabei. Aber ich finde jetzt nicht, dass das wahnsinnig überhand hat. Nee. Also ich weiß nicht, ob es damals einen klaren Cut des Ganzen gab, aber es war irgendwann halt wirklich die Luft raus. Und dann von beiden Seiten, sowohl die Musiker hatten keine Lust mehr, als auch die Fans hatten keine Lust mehr darauf. Und vor allem eben dadurch, was ich ja vorhin schon gesagt hatte, dass das Ganze sehr klischeebehaftet wurde. Dass es vielleicht auch ein bisschen lächerlich dastand. Deswegen hatten viele Musiker auch keine Lust mehr darauf. Ja. Deswegen, die sich dann von dem typischen Pagan oder eben Pagan abgewandt haben. Ja. Und eben eher in den Black-Metal gegangen sind zum Beispiel. Ja. Hast du da so Bands, die du gerne nennen willst? Unter anderem Herona, die bei den ersten Scheiben ja schon noch diese Pagan-Themen behandelt haben und mittlerweile in eine ganz andere Richtung gehen. Ja. Da würde ich aber jetzt einfach mal vermuten, dass die Mensch schon immer ihr eigenes Ding so gemacht hat. Das ist egal. Weil das, ich glaube mal sogar gehört, dass sie zwar irgendwo davon profitiert hat, dass der Hype da ist, aber da jetzt keine gesonderte Begeisterung darüber ging erstaunen. Nein, eine Begeisterung war definitiv nicht. Genau. Ansonsten ja, wir auch. Wir haben uns, also wir bewegen uns immer weiter auch aus diesem Pagan-Bereich raus. Ja. Und dann würde ich auch vielleicht ganz vorsichtig mal Waldgeflüster nennen. Ja, ich glaube, dass der gute Mann sich da jetzt auch nicht wirklich in dieser Szene, jetzt kenne ich ihn ja nicht so lange, vielleicht war es ja mal anders, aber irgendwie selber da so sieht. Das ist ja auch, glaube ich, mehr so eine, ja, wie es der Name jetzt schon sagt, so eine gewisse Wald-Roman, so eine landschaftsbezogene Geschichte. Ich bin jetzt da textlich, ich bin jetzt eher bei den neueren Sachen dabei. Meine Fesseln ist ja aber auch eher so eine, ich gucke gerade neben die Kamera, weil die bezaubernde Natascha da sitzt, das ist ihr Lieblingsalbum. Ist ja auch eher so eine innere Gedankenwelt, die dort vielleicht metaphorisch dann bezogen. Also jetzt so Waldgeflüster habe ich zum Beispiel, ich glaube, oder hat er mir nicht, glaube ich, mal erzählt, dass sie da immer gesehen wurden, er das aber immer ganz, ganz furchtbar gefunden hat. Ja, so hatte ich das, glaube ich, auch mitbekommen. Ja, ja. Was mir gerade tatsächlich noch einfällt, sagt die Band Beef Röst noch was? Ja, da kennen wir doch die Gitaristen, ne? Richtig. Ja, das ist doch, ist ja kein Geheimnis. Das ist Matthias von Harakiri for the Sky. Richtig. Und der geht da auch ganz offen mit um. Ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben damals, da war ich ja auf dem allerersten Harakiri for the Sky-Auftritt, für den sie jetzt ja gerade das Jubiläum gehabt haben, wo ich auf Darkness gewesen bin. Leider, das hätte ich sehr, sehr gerne gesehen. Ne, ne, der geht da ganz offen mit so rum und dann hat er halt, er hatte, glaube ich, dann einfach nur keinen Nerv mehr so auf diese Art von Musik und hat dann da weitergemacht. Ne, der ist da vollkommen, was wolltest du da erzählen? Es geht mir da tatsächlich mehr darum, dass man sich dann irgendwann von dieser Art der Musik verabschiedet hat. Ja, genau, das ist, ich kann mich noch daran erinnern, wie wir bei ihm gesessen haben und wir haben viel Musik gehört und waren auch bei vielen Dingen einer Meinung. Und er hatte mir dann irgendwann Bifrost vorgespielt und meinte aber auch gleich so, ja, das ist sowieso nicht dein Ding, das finde ich so scheiße. So, und das war schon wunderbar gemacht. Das Ding ist ja einfach, dass, wenn du in der Lage bist oder wenn du das Talent oder das Vermögen hast, tolle Melodien zu erschaffen, dann kannst du das sowohl im Pagian als auch in anderen Bereichen, beziehungsweise wenn du das in dem jetzigen, ich sag mal, post-Black-Metaligeren Bereich von Harakiri, dann wird das auch bei Bifrost eine gewisse Qualität gehabt haben. Es ist so, das ist, kommen wir auf euer letztes Album, das hieß? Zwischenbild. Ja, das ist dann zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel. Also ich würde nicht auf die Idee kommen, das jetzt zu verreißen, aber es ist überhaupt nicht so mein Ding, weil genau das ist so dieses, nicht gedudelt in dem Sinne, sondern diese, ich glaube, es ist oft das mal das Keyboard. Ja, kann ich verstehen. Ich kann, gerade wenn du selber so, wir haben uns ja schon oft unterhalten und ich denke, du kannst mir genauso gut Kontra geben, wenn ich jetzt irgendwas Blödes sage. Für mich erschließt sich da manchmal nicht so, nicht die Ernsthaftigkeit der Musik, die düstere Ausstrahlung des Ganzen, wenn du dann so ein, oder das ernste Thema, wenn du dann halt so ein Keyboard, diese Art von Keyboard hast. Das kann ich absolut verstehen. Hilf mir raus und sag einfach, was da ist. Ich denke, das kommt immer darauf an, welche Instrumente jetzt man synthetisch erzeugt, ob das jetzt Flöten sind oder irgendwelche. Aber es sind Flöten. Es ist ganz schlimm. Ich habe auch keine Lust mehr auf Flöten. Aber wenn zum Beispiel Blechbläser, tiefe Blechbläser, die können eine schöne Dramatik. Wenn ich da jetzt an Zierbliss denke, so mit denen, das ist ja Wahnsinn. Wobei das kein Keyboard ist. Genau, richtig. Da steht einer mit einer Posaune. Genau. Nein, das ist einfach nur, das ist mir, es ist ja toll produziert, es ist toll aufgemacht, mit schönen Bildern. Das war dir ganz wichtig, dass du, als du mir die gegeben hast, dass du mir doch dazu erzählst, wurde für jeden einzelnen Song was zurecht gemacht. Genau, für jeden Song gibt es ein Aquarell, das den Song beschreibt. Ach, liegt doch genau da hinten, da schlägt doch mal auf. Genau. Die Texte sind alle mit Feder und Tint der Hand geschrieben und das Frontcover ist im Original ein Ölgemälde. Ja, so, die haben wir hier. Und es ist wirklich, oh, schönes. Man muss sich ja heute mehr Mühe geben bei der CD-Gestaltung. Auf jeden Fall. Also wenn man das jetzt hier mal so ein bisschen aufmacht. Das erinnert mich so ein bisschen an, ich weiß nicht, wie viele Sulzda 4 mittlerweile schon gemacht haben, aber so ein bisschen an das Sulzda 4 Cover, ne? Ja. Jetzt wirklich so ein kleines bisschen so, ne? Das ist mir noch nicht so aufgefallen. Aquarell mag ich sogar auch sehr gerne. Nein, das ist für jemanden, der in dieser Musik auch zu Hause ist, ist das ein tolles Album. Es ist einfach nur, das klingt jetzt natürlich total bescheuert, wenn da jemand neben mir sitzt und ich sage, das Album ist überhaupt nicht so mein Ding, ne? Man muss da ja auch, da kann man ja nun auch, ach, wie soll ich das sagen? Ich kann ja auch beurteilen, da kommen wir gleich zu, weil wir gleich nämlich mal in die Plattentheke gehen noch. Ein gutes Album durchaus erkennen, ist es dann vielleicht einfach. Und das ist diese Stilistik. Es ist einfach die Stilistik des Pagans, sodass ich, und wir haben jetzt hier einige Alben genannt und wenn ich mal auf die Uhr gucke, haben wir sowieso eine ganze Zeit lang geredet. Ja, ihr merkt das natürlich, ne? Also in einer Dreiviertelstunde, da kann man so ein großes Thema wie Pagan Metal nicht ergiebig und erschöpfend behandeln. Und wir haben uns da heute ja sowieso ein bisschen darauf konzentriert, woher denn der Pagan Metal, der ja eigentlich sehr viel zu bieten hat, so einen schlechten Ruf hat. Wir hätten noch viel mehr über Alben reden können, so wie in der deutschen Black Metal Show, wo ich ein Album nach dem anderen rausgehauen habe. Aber wisst ihr was? Das sollte heute einfach mal ein schönes Einsteigergespräch sein. Und wenn euch das alles interessiert, dann machen wir da irgendwann nochmal weiter. Mit einem anderen Gast zu einem weiteren Schritt in dieses wirklich, finde ich, spannenden Themas. Auch wenn das nicht immer musikalisch genau mein Ding trifft, aber da gibt es, denke ich, noch einiges rauszuholen. So, jetzt noch mal ein bisschen weiter im Text. Mal gucken, ne? Wir haben jetzt einfach mal ein bisschen geschnackt über Pagan. Das muss nicht das letzte Mal gewesen sein. Das war kein historischer Abriss. Das waren einfach ein paar Alben, über die wir geredet haben. Ein bisschen über die Thematik selber. Und bevor wir das Ganze jetzt hier beschließen, gehen wir einmal rüber, hier an unsere Plattentheke. Und dann zeigt uns Stefan nämlich nochmal ein Album, was ihm sehr viel bedeutet. Und da vernehmen wir auch nochmal das ein oder andere Wort zu. Bis gleich. Eine kleine neue Rubrik, die ich versuche, das ein oder andere Mal hier in eine Show zu integrieren, wenn ich Gäste habe, ist die folgende. Bring mir ein Album mit, was dir besonders viel bedeutet. Und was hast du uns mitgebracht, Stefan? Und zwar habe ich Storm of the Lights Band von Dissection mitgebracht. Ein Album, mit dem ich ja gar nichts anfangen kann. So, erzähl. Ja, und zwar. Für mich ist es tatsächlich eines der absolut wichtigsten Alben in meinem Leben. Denn vor tatsächlich genau 20 Jahren war der Song Night's Blood der allererste Black Metal Song, den ich in meinem Leben gehört habe. Damals mit 10 Jahren. Der kleine Stöpke, der dann plötzlich dieses Geholze hört. Das war schon eindrucksvoll. Das muss ich einfach sagen. Und ich kann es mir immer noch anhören. Ich kriege immer noch Gänsehaut davon. Es ist einfach wundervoll. Das ist toll. Ich denke, schön, dass du da gewesen bist. Sehr gerne. Gerne wieder. So, und ich glaube, wir setzen uns noch gemütlich.